Die Truppe eines Tourneetheaters steht mit der Komödie »Nackte Tatsachen« unmittelbar vor der Premiere und nichts klappt. Ich lege den Hörer auf und lasse die Sardinen stehen. Immer dieselbe Geschichte. Und du nimmst die Zeitung mit. Ich lasse die Sardinen stehen und ich nehme die Zeitung mit. Immer dieselbe Geschichte. Kaum ist der Teufel los, hat man sich so müdlich gemacht. Und damit gehe ich endlich ab. Nachdem du den Hörer aufgelegt hast. Noch amüsanter wird es jedoch, wenn sich die Bühne um 180 Grad dreht und die Verstrickungen der Schauspieler hinter den Kulissen sichtbar werden. Von Affären, verschmähter Liebe bis hin zu Alkoholproblemen ist alles dabei. Also wir haben das Haus ganz für uns alleine. Boris Alinovitsch, der scheidende Tatort-Ermittler, kehrt mit der Produktion ans Renaissance-Theater zurück, in dem er im selben Stück bereits 1995 auftracht. Für ihn und seine Kollegen ein wahrer Hochleistungssport. Das Haus ganz für uns alleine. Stopp-Root-Dotty! Man sieht die ganzen wahnsinnigen Vorgänge der Eifersüchte hinter der Bühne und da wird sich geprügelt und angespuckt, während vorne gespielt wird. Und trotzdem schafft es die Truppe noch mit einem Ohr hinten zu sein. Und dadurch ergibt sich ganz viel Timing, aber auch eben ganz viel Spiel. Also ja, wir müssen halt einfach durch die Mathematik, muss man kennen. Aber man kennt nicht alles. Bleibt die Frage, wie viel Wahrheit steckt im nackten Wahnsinn? Es ist gespickt mit so viel Wissen und so viel Nachempfinden von dem, was wir täglich unser täglich Brot nennen, dass man auch deswegen schon gar nicht verändern muss, sondern im Grunde genommen haben viele der Diskussionen, die hier auf der Bühne und hinter der Bühne und hin und her geführt werden, wir beim Proben ständig auch gehabt. Ein großer Spaß, in dem die unter anderem mit Katharina Thalbach und Boris Alinovic hochkarätig besetzte Schauspielercrew sich richtig austoben kann. Den nackten Wahnsinn sollte man auf keinen Fall verpassen.